Dieser Film beschäftigt sich mit den fünf platonischen Körpern und ihren verblüffenden Eigenschaften. Vor rund 2400 Jahren lebte in Griechenland ein Mathematiker und Philosoph namens Platon. Er war Schüler von Sokrates und später Lehrer von Aristoteles, also in der Gesellschaft vieler bedeutender Gelehrter unterwegs. Damals war es üblich, dass sich Gelehrte mit vielen verschiedenen Dingen beschäftigten. So hat Platon zum Beispiel viel über Politik und das Miteinander von Menschen nachgedacht, sich aber auch mit der Mathematik beschäftigt. Dabei fiel ihm auf, dass es in der Geometrie Körper gibt, die sich durch ihre Eigenschaften von anderen Körpern abheben. Fünf dieser Körper empfand Platon als besonders faszinierend, weshalb er sich mit ihnen näher beschäftigte. Diese fünf Körper haben eines gemeinsam. Sie verfügen über eine sehr große Symmetrie. Einer dieser Körper kommt in unserem Alltag sehr häufig vor, der Würfel. Er besteht aus sechs Quadraten, die jeweils im rechten Winkel aufeinandertreffen. Dieser sogenannte Hexaeder verfügt neben seinen sechs Seitenflächen über zwölf Kanten und acht Ecken. Der Begriff Hexaeder kommt aus dem Griechischen und bedeutet Hexa, also sechs Flächner. Das Besondere an ihm ist, dass er durch seine ausschließlich rechten Winkel sehr symmetrisch ist. Diese Symmetrie ist auch der Grund, warum wir ihn zum Beispiel bei Würfelspielen einsetzen. Denn dadurch, dass die sechs Flächen untereinander völlig gleich sind, kommt beim Würfeln jede Augenzahl gleich häufig vor. Dadurch geht es hier sehr gerecht zu. Der nächste Körper ist sogar noch etwas einfacher aufgebaut, denn er besteht ausschließlich aus gleichseitigen Dreiecken. Das sind solche Dreiecke, deren Kanten jeweils genau gleich lang und deren Winkel mit jeweils 60 Grad außerdem genau gleich groß sind. Wenn man vier dieser gleichseitigen Dreiecke miteinander verbindet und zu einem Körper zusammenfaltet, entsteht ein in der Natur sehr oft vorkommender Körper, nämlich das Tetraeder. Der Name kommt wieder aus dem Griechischen, von Tetra 4, weil er schließlich vier gleiche Seitenflächen hat. Er ist gleichzeitig der platonische Körper mit der geringsten Zahl an Seitenflächen. Ein Tetraeder hat sechs Kanten und vier Ecken. Und wo kommt er in der Natur so oft vor? Leider ist das nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Und trotzdem sind Tetraeder überall. Kohlenstoffatome, die Grundlage allen Lebens auf der Erde, gehen nämlich vier Bindungen ein. Dabei weisen diese vier Bindungen in die Ecken eines Tetraeders, während das Kohlenstoffatom selbst in dessen Mittel Punkt sitzt. Das kann man zwar nur mit sehr teuren Mikroskopen überhaupt sehen, aber es ist einer der Hauptgründe für die Vielfalt des Lebens, weil es die räumliche Struktur von Kohlenstoffverbindungen und damit die Vielfalt von Proteinen, DNA, Enzymen usw. überhaupt erst ermöglicht. Aber kommen wir zurück zu unseren gleichseitigen Dreiecken. Wenn wir das Tetraeder auseinanderfalten und etwas anders wieder zusammensetzen, können wir eine quadratische Pyramide erzeugen, der allerdings die Grundfläche fehlt. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir nehmen einfach eine zweite Pyramide aus gleichseitigen Dreiecken, deren Grundfläche ebenfalls fehlt, und verbinden die beiden miteinander. So entsteht der nächste platonische Körper. Er bekommt wieder einen griechischen Namen. Und da er aus acht gleichseitigen Dreiecken als Seitenflächen besteht und acht auf griechisch Okta heißt, nennt man diesen Körper Oktaeder. Zusätzlich zu seinen Seitenflächen verfügt er über zwölf Kanten und sechs Ecken. Und auch das Oktaeder spielt in der Chemie beim Aufbau verschiedener Molekülgitter eine wichtige Rolle. Kochsalz, chemisch Natriumchlorid, bildet nämlich zum Beispiel oktaedrische Kristalle. Da auch das Oktaeder ein sehr gerechter Körper ist, kommt es auch ab und zu in Würfelspielen vor, wenn der Spielwürfel nicht sechs, sondern acht Flächen haben soll. Auch diese kommen dann jeweils mit derselben Wahrscheinlichkeit vor. Der nächste platonische Körper ist deutlich schwieriger zu basteln, aber sogar noch faszinierender. Wir beginnen wieder mit ein paar gleichseitigen Dreiecken, die wir miteinander verbinden. Diesmal nehmen wir jedoch nicht drei oder vier, sondern fünf davon und bauen aus ihnen so etwas wie ein Zelt, nämlich eine fünfseitige Pyramide. Das Ganze machen wir zweimal. So ähnlich ging das ja mit dem Oktaeder auch schon. Hier machen wir jedoch noch etwas anderes. Wir fügen nämlich noch mehr gleichseitige Dreiecke hinzu. Insgesamt benutzen wir 20 gleichseitige Dreiecke, schließen die Lücke zwischen den beiden Pyramiden und bauen so den nächsten platonischen Körper zusammen. Da wir uns ja schon daran gewöhnt haben, dass diese Formen griechisch benannt werden, ist es auch keine Überraschung, dass dieser 20-Flechner auch wieder einen griechischen Namen bekommt. Er heißt Ikosaeder. Bei so einem Gebilde fällt gleich die Ähnlichkeit zu einer Kugel ins Auge, weil er so unheimlich symmetrisch ist. Und tatsächlich bildet der Ikosaeder die Grundform einer nicht ganz unwichtigen Kugel. Wenn man seine Spitzen ein bisschen abschleift, sieht er einem Fußball zum Verwechseln ähnlich. Und tatsächlich, Fußbälle haben die Form von Ikosaeder-Stümpfen. Im Gegensatz zum normalen Ikosaeder bestehen diese nicht aus gleichseitigen Dreiecken, sondern aus fünf- und sechsecken, die man aus Leder zusammennähen kann. Platonische Körper scheinen es also ganz schön in sich zu haben. Würfelspiele, Fußbälle, Kristalle, Lebensformen, da steckt ja einiges drin. Aber Moment mal, diese Figur kennen wir ja noch gar nicht. Da hat sich ja noch ein weiterer Körper dazu gemogelt. Was ist denn das für ein merkwürdiger Spielwürfel? Gerade hatten wir aus fünf und sechs Ecken einen Körper gebastelt, der ursprünglich aus gleichseitigen Dreiecken bestand. Aber dieser hier besteht ja nur aus fünf Ecken. Wie geht denn das? Der Anfang ist wieder recht einfach. Wir bauen aus sechs dieser Fünfecke eine Art Schale. Diese hat jedoch keinen geraden Rand, sondern sieht schon wieder irgendwie symmetrisch aus. Wenn wir nur noch eine zweite solche Schale hinzunehmen und sie verkehrt herum auf die erste setzen, haben wir den fünften und damit letzten platonischen Körper erstellt, den Dodecaeder. Zwei mal sechs ist zwölf und Dodeca ist, wie wir schon vermutet haben, der griechische Begriff dafür. Unser Zwölfflächner ist also wieder so enorm symmetrisch, dass alle seine zwölf Flächen beim Würfelspiel gleich häufig vorkommen. Er ist allerdings nicht rund genug, um damit Fußball spielen zu können. Jedoch sieht seine Netzabwicklung einfach schön aus, denn sie gleicht zwei nebeneinanderliegenden Blumen. Und das ist doch auch was! Aber sehen wir uns die fünf doch noch einmal genauer an. Wir hatten das Tetraeder mit seinen vier Flächen, das Hexaeder mit sechs, das Oktaeder mit acht, das Dodecaeder mit zwölf und schließlich das Icosaeder mit zwanzig Flächen. Nicht nur, dass diese Figuren alle sehr symmetrisch und hübsch aussehen, sie können auch noch etwas anderes, sehr faszinierendes. Wenn man die Mittelpunkte ihrer Seitenflächen jeweils miteinander verbindet, so bilden die entstehenden Verbindungen wieder kleinere platonische Körper. Beim Tetraeder entsteht innen drin ein weiterer kleiner Tetraeder. Beim Hexaederwürfel verbinden sich die Mittelpunkte der Seitenflächen zu einem Oktaeder. Umgekehrt verbinden sich die Mittelpunkte der Seitenflächen eines Oktaeders wieder zu einem Hexaeder. Noch faszinierender, aber leider nicht mehr ganz so gut erkennbar, ist dieses Phänomen bei Dodecaeder und Icosaeder. Verbindet man die Mittelpunkte der Seitenflächen eines dieser Körper miteinander, so bilden die Linien den jeweils anderen Körper. Dieses Phänomen nennt man Dualität. Der alte Platon war von diesen Eigenschaften so fasziniert, dass er sogar glaubte, die Götter hätten die gesamte Natur und das Weltall ausschließlich aus diesen Körpern zusammengebaut.